So lang, so dick, so, so, ein bisschen größer als ein solider Edding. Ich habe einen Kumpel, der hat mal eine Ausbildung zum Cocktailmixer gemacht. Also zum, wie heißt das noch? Fancy. Die Ausbildung hat glaube ich sogar einen Namen in Deutschland. Weiß bestimmt jemand, aber ist ja auch egal. So, ähm, und der, der hat mal gelernt, ja nicht Bartender, das heißt irgendwie noch anders, das habe ich wieder vergessen. Ist ja auch egal. Ne, senden wir es einfach Bartender. Bartender passt ganz gut. So, ähm, Bartender-Ausbildung. Und die haben in ihrer Ausbildung noch gelernt, dass ein Smoothie nur ein Smoothie ist, wenn da Milch drin ist, weil das ja dann erst weich wird. Also dass ursprünglich der Begriff Smoothie nur für Cocktails verwendet wurde, in denen Fruchtmus und Milch oder Milchprodukte gemischt wurden. Und dass das, was wir heute Smoothie nennen, übrigens nicht annähernd so gut für euch, wie ihr oft denkt, dass das nicht, nicht das ist, aber es hat sich dann gewandelt. Also heute ist das das einfach. Also, Wort kann sich ja auch wandeln, die Bedeutung, ne, und heute ist die Bedeutung halt aber anders. Ich wäre ein großer Fan von Flips. Das trinken wir heute nicht mehr so, ne. Also sowohl der Flips, der bei Twitch arbeitet, aber auch von so einem Pfirsich-Flip. Der Cocktail-Flip. Das ist, wenn man so Fruchtmus mit Eis, also so Crushed-Eis dann zermahlt, dass das wie so ein, wie heißt noch die Slushie, so ein bisschen wie ein Slushie. Erdnuss-Flips, wäre mal einem Kumpel von uns irgendwie, ich glaube, was waren das, 100 Tüten? 100 Tüten Erdnuss-Flips geschenkt oder so. Oh Gott, das ist auch so schrecklich. Und der mag gern, wenn die Schluff werden. Schluff ist das Wort, das er benutzt dafür, wenn die so ne Nacht draußen lagen. Die Erdnuss-Flips. Und der geht im Keller, holt so ne Tüte, macht die auf, schüttet die auf ne Schale und legt die ne Nacht raus. Oh, da wird mir ganz anders. Oh, das macht er halt gez... So, Junge! Ich weiß, ich weiß. Oh, hör auf, ey. Jedes Mal, wenn ich das gesehen hab, so, oh, hör auf. Das ist ja Folter. Also, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es dagegen Gesetz gibt. So, weich sind die dann gar nicht. Alter, die kauen sich dann wie irgendwie so Bauschauen. Also, die sind halt wirklich so, die quietschen dann, wenn du da reinbeißt. Oh, hör auf, ey. Mir wird wirklich ein bisschen anders. Ich hab auch an ihm gezweifelt. So, aber der hat auch nicht nur, also der hat nicht nur so in der Hinsicht komische Essgewohnheiten. Deswegen geht das schon. Ich hab hier ne Großpackung mit 120 Umaybo. Was sind denn Umaybo? Ach, die Dinger. Ach, die heißen Umaybo, stimmt. Oh, die lässt aber nicht lätschig werden, ne? So sehen die aus. Das ist so ein japanischer Snack. Die sind ganz geil, muss ich sagen. Es ist so Maispuffer. So sehen die dann ausgepackt aus. Und da ist dann einfach wie auf Chips so ein Würzpuder drauf. Die sind geil. Also, ich mag die echt gerne. Gibt sehr leckere von. Ist halt richtiger Müll, ne? Also, wirklich so richtiger Müll. So, was man überhaupt nicht essen sollte eigentlich. Ach, schmeckt sehr gut. Groß wie Flips? Ne, die sind schon eher so, so lang. So dick. So, so ein bisschen größer als ein solider Edding. Kosten auch fast nichts, das stimmt. Ist hier auch so ein typisches Müll. Ach, hier hat man mal ne Hand. Als Vergleich. Hier hat jemand so ein Ding in der Hand. Da sieht man, wie groß die sind. Da. Hier hat noch so ein Ding in der Hand. Ist aber die gleiche Hand. Hier hat ne Dame ne Packung davon auf dem Arm. Hilft uns kein bisschen. Hier hat jemand auf den Teller gelegt. Ist halt wirklich überhaupt kein Maßstab hier dabei. Nichts. Kann nicht jemand ne Banane daneben legen. Ist halt wirklich nichts. Außer dieser Hand, wo man mal einen guten Maßstab kriegt. Hast auch keine Ahnung, wie groß der Mensch ist, ne? Also, hier wirkt es auch größer, als die eigentlich sind. Muss ich mal sagen. Ist einfach ein Riesenmensch. Ein kleiner Mensch. So. Das wäre ein Leben ohne Snacks. Kommt euch die Snacks an. Gibt schon Snacks, auf die könnte ich gut verzichten, muss ich ehrlich sagen. Also, so wenn... So, Trockenfrüchte. Das, was... Könnte ich auch gut drauf verzichten, muss ich ehrlich sagen. Da kriegst du mich nicht mit. Mit so Trockenobst... Hat eh so viel Fett wie ein Gummibärchen. Könnte ich auch gleich ein Gummibärchen nampfen. Gibt's in Polen auch. Die haben so Riesensäcken kaufen und die sind dann ungewürzt. Ja, die gibt's. Die finde ich aber noch geiler. Ich finde das richtig geil, wenn so Knabbereien nach gar nichts schmecken. Das ist richtig geil. Hab ich großer Fan von. Also, so richtig pappige Knabbereien. Ich hab als Kind auch gerne Backoblaten genascht. Also, diese nach nichts schmeckenden Backoblaten. Schön weggenascht. Reiswaffeln. Oh, Alter, ich liebe Reiswaffeln. Das war so schlimm, dass ich irgendwann meine Ex-Freundin hat mir irgendwann verboten, die zu kaufen. Weil sie den Geruch so eklig fand. Und sie meinte, die ganze Bude riecht immer danach. Und es war wirklich irgendwann an so einem Punkt angekommen, wo sie nach Hause kam. Und sie kommt halt so ins Büro. Und so. Hauke. Und ich bin so, fuck, sie hat's gerochen. Ich hab den Müll dann schon so unten in den Beutel gestopft. In der Hoffnung, dass sie nicht riecht, dass ich wieder Reiswaffeln gegessen hab. Ey, da haben wir schon mal im Stream rüber geredet, ne? Über diese Szene, wo jemand nach Hause kommt. Und das ist so Assi-TV irgendwie, wo jemand nach Hause kommt und sagt, Du hast doch einen Snickers frittiert. Und ich finde diese Vorstellung so geil, dass jemand den Geruch genau erkennt. Also sie kommt, glaube ich, nach Hause und schnuppert so und sagt so, Moment mal, Du hast doch einen Snickers frittiert. Und das ist ja nicht so eine geile Vorstellung, dass du so oft in deinem Leben Snickers frittiert hast, dass du am Geruch erkennst, ob jemand einen Snickers frittiert hat. Auch bei einer Fritteuse, Alter, du kannst alles in die Fritteuse kloppen und das riecht nach genau einer Sache. Fritteusenfett. Aus dieser Fritteusenfett-Note hat die einen Snickers rausgeschnuppert. Und das gab's mal auf YouTube früher, wo dann jemand so, Moment mal, hier hat doch einer einen Snickers frittiert. Shit, ich suche hier die ganze Zeit. Dafür ist YouTube auch einfach zu unoriginell geworden, ne? Mit dem, heute frittieren wir alles. Wow, so frittieren wir alles. So geht das. Ach so. Oh, Thumbnail. Oh, ich muss auch noch Thumbnail-Fotos machen. Oh, oh nein. Oh. Oh, wow. 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 Oh, wow.